Hallo und herzlich willkommen hier, wir gucken uns mal zum Spaß einfach mal die Giants Island an. Einfach mal zum Spaß, ich seh jetzt schon hier, es wurde so schön auf die Tiles geachtet. Na, man sieht ja auch die Straße, der Feldweg hier und die Berge, sind einfach nur so schön lieblos gemacht. Gucken wir uns einfach mal die Scheiße an und hier müssen wir mal klicken. So, das sieht doch echt, ne, so aus. Warum laufen die Leute hier? Ist das eine Startbahn oder was ist das hier? Das sind doch die Lichter für, ja man, ne, siehst du hier die rote Linie? Weißt du, was das ist? Das sind die Splines von den Fahrzeugen. Ist das nicht schön? Gut, einfach mal so als Spaß, das soll ja die LS-11er-Map sein. Vom Hofaufbau, ist es, ja, ist schon so wie früher, ne? Also dazu mal, ne? Kennen wir noch. Dann fahren wir jetzt einfach mal mit irgendwas rum hier und dann gucken wir mal. Also man hätte ja die Map auch ein bisschen auffrischen können, so auf Stand von der heutigen Zeit. Aber, nun ja. Also die Straßen sind, ähm, da kann mir jetzt keiner kommen und sagen, das sind keine Flugzeugstraßen hier, ne? Wir hatten hier schon die Straßen beleuchtet hier. Man, man hätte ja nicht alles so... War früher da hinten? Ja, da hinten aber auch hier früher, ne? Das stimmt schon. Gut, fahren wir mal weiter. Und hier sind ja bestimmt auch wieder die roten Linien. Oder nicht? Mach mal die Karte weg. Ja, eine rote Linie ist noch hier, ne? Aber das sind ja doch echt die, äh, die Straßen. Also wir hatten schon die Straßen so beleuchtet. Gut, in, äh, wo? Irgendwo, ne? Irgendwo sind die schon so. Da war doch ne... Moment. Moment, 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 moment. Was ich mich noch erinnern kann... War nicht hier... Ne, wir müssen weiter vorne. Ich glaub, das ist so weiter vorne. Weil hier waren, glaub ich, schon Häuschen. Das sind Steine in der Luft. War nicht hier oben irgendwo ne Kirche? Ja, die Kirche, genau. Das müsste ne Kirche sein. Es ist ne Kirche. Und hier den... ...lieblosen... ...schönen Landhandel. Da hätte man doch schon ein bisschen... Weißt du, man kann schon ein bisschen mehr draus holen. Oder? Also man könnte mehr... ...mehr. Vor allem das Gebäude richtig am Boden setzen. Man sieht's hier unten... ...hat mal Schatten. Das Gebäude ist nicht mal richtig am Boden. Man sieht's hier. Ja, ich muss auch meckern, ne? Also, ich meine, wenn man schon... ...nicht so viel investieren muss... ...für die Zeit, um das zu machen... ...dann, äh... ...ja, wär's schon... ...nicht schlecht. Wenn das auch schon... ...n bisschen schöner gemacht worden ist. Hier hat das so ein bisschen schöner gemacht, hier. Da hat er sogar selber... ...ah ja, hat er so gemacht, okay. Kann man ja auch machen. Ist ja nicht, äh... ...verboten. Da gab's doch... ...Moment... ...hier... ...war hier echt ein Hafen? Okay, das könnte schon sein, aber... ...er sieht aber auch ein bisschen lieblos aus, hier. Warte, man muss es jetzt... ...in echt nicht so machen wie ein Ding. Aber hier weiß ich, ne? Wir furzen einfach mal runter, hier. Ne? Ist ja ein JCB, der hält das aus. Aber die Berge sind schon echt... ...lustig gemacht, ne? Einfach mal so... ...ah, komm, pinseln... ...fettig. Ne? Man könnte das auch schöner machen. Hier ist das... ...die Überfahrt hier... ...rüber, hier auch wieder. Das ist auch wieder so... ...ne? Einfach mal so... ...ach komm, pinseln... ...fertig. Reicht. Sieht einfach scheiße aus. Man muss es ja echt nicht... ...man kann es ja echt schon... ...es geht ja hier um die Straßenführung... ...und nicht hier um... ...ne? Und die anderen Sachen. Da hätte man schon ein bisschen anders... Wow. Okay. Und hier sind auch die... ...Splines... ...die noch an sind. Wo ging das jetzt hier? Ging das echt da oben noch drüber? Das war doch hier oben... ...mit der Mission, wisst ihr das noch hier? Oh, da ist ein Baum in der Luft. Ähm... ...wo man dann hier mit dem... ...mit dem Ding... ...steine wegmachen musste, ne? Man musste ja erstmal die Steine räumen. Alter, sieht das scheiße aus. Guck mal hier... Ahm... ...das ist einfach nur so... ...ne... ...kommen... ...pinseln!" ...fertig... ...braucht man keine Details... ...oder irgendwie sowas. ...Den Blümchen in eine Straße. cjęöh... ...Nets! Ne?! Wann er sowas bringt... ...dach ist es die Böhmchen in die... ...böhm... ...in der Bl beadط. Ganz viele bäumchen... Ja, jetzt sind wir wieder hier. Früher war ja hier eine Leitplanke. Das wurde ja aus Faulheit entfernt. Ja, so ist das, ne? Ja. Gut. Ja, also... So halt, ne? Jetzt wollen wir hier mal drüberfahren. Ne, das war falsch. Ne, ich wollte ja... War das schon hier runter? Da hab ich ja auch mal ein Video gemacht. Aber das sieht ja auch wieder scheiße aus hier, ne? Der Strand. Da hinten hat er auch... Warte mal, hier gab's doch... Kühe. Die waren doch weiter hinten irgendwo. Ja, da unten sieht's eigentlich auch gut aus. Ich will mal zu den Kühen hin. Das war doch irgendwo hinten... Oh Gott, wo war denn das jetzt hier? Vorne rechts über die Straße und irgendwo auf der anderen Seite. Ähm... War das jetzt da drüben oder da vorne? Irgendwo müssen doch die... Die Kühe gewesen sein. Nein, die konntest du ja auch mit Pfeifen hier wegscheuchen oder was. Oder holen? Ne, wegscheuchen. Da müssen wir mal gucken. Da war... Irgendwo waren hier hinten Kühe. Da war nur so eine Wiese oder sowas. Aber ich glaub, hier hinten ist das nicht, oder? Oder schon? Alter, die Berge sind so scheiße aus hier. Aber man muss ja nicht alles hier... Ne, da sind keine. Das muss doch irgendwo hier hinten... Alter, sieht das scheiße aus. Da oben. Da oben ist es. Also wenn einer meckert hier jetzt, äh, warum ich hier über die Felder fahren, ja? Das macht in der Map auch nichts mehr aus. Hier oben sind die Kühe. Ich wusste doch, hier waren Kühe. Hier war der... Kuh, äh, wie hat er denn jetzt hier? Was hat er denn hier, wenn ich er bastelt, ja? Alter Schwierig. Ja. Ne? Schöner Boden hier. Langweilig. Ne, er hat's nicht so mit, äh, Dings, ne? Mit Detail. Also, weißt du, da kann ich ja auch ein bisschen Dreck am Boden oder irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen mehr. Naja, nur ein bisschen. Aber sonst stimmt das Ganze eigentlich, ne? Vom Ding her, von der Straße her. Stimmt das? Ne, die waren ja auch so hier. Die waren ja auch so, ne? Und die PDA, die hat er eigentlich gut gemacht. Naja, man sieht ja auch hier vom Ding her, dass er da einfach so ein bisschen gepinselt hat hier. Ein Sägewerk hat er auch drauf. Ja, ist genauso wie alles andere hier, ne? Trocken und so scharfe Weide. Scharfe Weide. Warum muss man immer alles schon einbauen, so? Ah, warum geht? Muss alles drin sein. Muss überhaupt nichts drin sein. Standard BGA, ne? Aber totale Standard. Totale Standard. Würde mich jetzt nicht verwundern, wenn jetzt hier das Fahrsiel auch nicht gehen würde. Tankstelle hat er ja auch dabei. Ja, Hafen Süd, da waren wir noch nicht. Wett. Achso, ja, das, das... Kalbos, ja stimmt. Ja, ja, das war hier oben, ne? Das war hier oben. Ja. Ne, Umweltverschmutzung. Liebe Grüße an Greta. Nein. Der war böse, sonst muss ich hier wieder weinen. Ja. Ähm. Da hinten ist ein Kron. Und hier ein riesen Hafenbecken, ne? Jo. Ja, du. Was, was, was will man? Ne? Das, das Gebäude, kenn ich noch vom Demolition Company, ne? Glaub ich. Da war doch auch irgendwie sowas, wo du sprengen konntest und sowas. Hafen Nord. Da ist doch kein Hafen. Ah ja, das... Hafen Nord. Jo. Alles klar. Eher nicht so. Äh. Ja, sonst ist nichts mehr, ne? Da hat er die Dinger auch nicht, die blauen Dinger hier nicht weggemacht, hier, ne? Die Molkereien da auch noch drin hier. Ähä. Scheiter Problemski. Sieht so aus, ne? Sieht so aus. Gut, also, ne? Ähä. Wir haben gelacht. Wir haben geweint. Ja, war gut. Ja, nicht schlecht, ne? Ich mag das nicht, wenn das oben ist. Ach, leck mich doch. Ich geh näher raus. Jo, gut. Ähm. Ja. Wir haben es gesehen, ne? Ähä. Jo. Gut, wenn jetzt jemand haben möchte, dann soll er sich spielen. Aber hab ich auch ein Ding gefunden hier. Mod-Hoster. Äh. Ja, ist... Lustig. Gut, dann sag ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Gibt ja bestimmt wieder mal so ein lustiger Papier, ne? Aber tschüss. Gut, dann sag ich mal so ein lustiger Papier, ne? Tschüss. Vielen Dank.